Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute machen wir etwas vom neuen Event in Minecraft 1.1610. Nein, 1.16.0. Aber nicht schlimm. Was machen wir? Wir machen heute diesen einen Stand. Den Schießstand bauen wir um, ja. Weil es gibt jetzt die Ziele, die hast du mir gezeigt und du hast mir gezeigt, dass man da die Spende anschließen kann und was ganz cooles mitmachen kann. Vorher sah das Ganze ja so aus. Wir hatten die Bognerkisten gehabt und haben dann halt, wenn du von hinten aus drauf geschossen hast, hast du es ja nie wirklich gesehen, ob du getroffen hast. So und jetzt gehen wir hin und reißen es weg. Dann muss man hier oben drauf sitzen, ja? Ja. Und dann gehen die auch drunten oder muss der dran setzen. Da muss richtig dran sitzen, ja? So. Und jetzt die Raketen rein. Und jetzt machen wir die Raketen rein. Und dann schütze ich. Oder? Kannst du mal an. Jetzt holen wir für hier noch die Raketen. So. So. Und wenn man jetzt drauf schießt. Ich will. Du willst. So. Jetzt steigen die Raketen nach oben, wo man sieht, dass man getroffen hat. Ich bin nicht so gut darin. Auf dem Tappel bist du besser. Und das Ganze ist halt jetzt praktisch. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier hinten in unseren Skistand drin stehen. Und dann ist das alles ja hier ein bisschen klein. Und man sieht es nicht wirklich. Und jetzt können wir. Und jetzt schießt er. Schießen. Und wenn er getroffen hat, ist es orange. Oder? Und wo haben wir getroffen? Ja. 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 Das war es eigentlich schon wieder gewesen. Kleines kurzes Video. Ja. Ja. Dann würde ich sagen. Tschüss. Äh. Like dieses Video. Abonniert uns. Und dann auf Wiedersehen. Euer Paulina. Und Sascha. Tschüss.